es ist passiert das allererste eiken pack des jahres ist da ein maximal 87 eiken pack mal konnte banger ziehen wie zampotter es jen und fernando torres wir haben es über 50 mal wir haben es fast 100 mal geöffnet also real talk 100 mal und alles für euch getestet und geguckt wie gut ist es wirklich guckt euch einfach an lasst die video gerne daumen nach oben da schreibt mir in die kommentare wenn ihr gezogen habt aus dem eiken pack das interessiert mich auch noch mal ob ihr so gezogen habt und viel spaß also nein das ist ein abo da wie so road to 100.000 abonnenten lasst ein abo dann alle die noch nicht folgen road to 100k ich würde so komischen button ding da haben gib mir diesen und jetzt viel spaß mit dem video es kommt e-save glaube ich das erste eiken pack des jahres meine pinger zu das ist das allererste eiken pack des jahres aufgeben boah 85 und 86 jetz boah 86 und 85 guck mal man kann sehr viel scheiße ziehen ne aber man kann auch 1 2 3 gute karten ziehen und ich finde preis leistung ein monster bro ui oh doch 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 aspers es kann es kann flashback aspers aus chat hat den finesse shot playstyle real talk krasse karte chat 83 team 84 team 85 team mit dem finesse shot ernst ernst man kann nicht machen chat man kann ich machen ui ein trailblazer cup kam raus ok an alle die ep brauchen chat ein 215k pack 40 seltene spiele aber nur einer der 85 oder höher ist das ist el chat digga ok erstes weg chat erstes beziehs weg digga so jetzt ich gebe langsam ab damit sie schenkt das allererste mal eiken guckt euch an verdammte scheiße 2,2 karten zu millionen auf nein ihr kennt mein pack lang nicht glaube ich guck mal sollen wir auf ehre chat ein chatpack machen guck mal was ein wacher das allererste eiken pack okay ich sehe gar nicht chat ihr seht was ne einzeln chat ihr seht noch was junge r9 geht doch gar nicht man es ist ein maximal 87er eiken pack es geht kein r9 das allererste eiken pack bitte was gut ist bitte was gut ist bitte oh mein gott bitte sien oder so bitte warum lese ich hahaha und wie 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 dresige torres ich kann es nicht rauslesen dresige 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 sien das allererste eiken pack ich glaube ich Er kostet 9, nicht bei 100k. Das Ticket auf 9, Bro. Let's go, Chat. Das nächste Eike-Pack. Danke schön an jeden einzelnen Reihenfolge. Danke auch an die ganzen Zuschauer. Wie sexy das aussieht, Chat. Makalele? Oder Petit? Petit ist okay. Beide sind okay. Ich schwöre, Petit ist okay. Ich schwöre, Petit ist okay. In meinen Augen, Bruder. Petit ist okay. Petit ist ein W. Oder 400.000 Coins. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nächstes Eike-Pack, Chat. Nein, Torres. Spanien? Ich dachte, Guardiola gibt es nicht mehr. Wer ist in Spanien? ZD, Ach, Charpi, Alonso. Oh, Bruder, Charpi, Alonso, sagt ihr? Er kostet 160k, Chat. Ich würde sagen, ist aber eher ein L-Tick. Ist eher ein L. Einmal Italien, Zabotta. Schweden. Larsson. Oh. Ne, Digga, Bro. Obwohl, wartet. Ey, yo, Bro, Bro. Nicht das Karten. Chill, aber Gott. H, L, S, L. Die sind halt so, was ist der? Jetzt mittlerweile? Bruder. Ist gut. Wo? Wer ist das? Sola? Sola? Let's go. Bruder, was? Sola ist gut, Digga. Er kostet fünf Besten, glaube ich. Sola ist geil. Er ist safe, safe, safe. Er kostet fast 500k, Chat. Er kostet fast 500.000 Coins, Digga. Nächste Eikrepack. Bitte nochmal Italien. Bankreich, ZDM? Nein, 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 nein. Kann es Ori sein? Ori geht nicht aus Dresigel, ne? Willkommen im Club, mein Bruder. Willkommen im Club, der Dresigela. Ich weiß nicht, ich kenne meinen Pack lang nicht, glaube ich. Wir gehen rein. Argentin ist, oh mein Gott. Argentin ist Arsch. Argentin ist Arsch. Das ist Viron. Obwohl, warte. Viron hat eine gute Karte dieses Jahr. 4-Star-Weekfoot als Sechser. Ja, solid, Bro. Alle Werte waren 70 und 80. Könnte man spielen. Er ist okay. Herpe gezogen, aber hat Van Dijk. Ich spiele die beide zusammen, Bro. Van Dijk und Keppel. Italien? Nein. Nein, nein, nein. Es ist dieser eine. Diese aggressive. Oh mein Gott, das ist Gattuso. Es ist Gattuso. Because me no go happy. Because I put the Fragulakis in the Galakis. Out and me going up. You know me is happy. Was? Er hat Zambotta gezogen. Aber Bro, das Pack war schon off, fett. Warum sagst du nicht? Scheid, aber GG's. Ist irgendwas gesunken oder sind die Spieler gestiegen? England? Ja. Kempel, bitte. Bitte Kempel. Der erste Kempel ist HW. Let's fucking go. Bro, Kempel ist so eine Macht. So ein underrateder E4, den zockt fast niemand. Habe ich vorhin noch angesprochen. Tost auch fast 300.000 Coins. Ja, wer ist das? Ein Kreisstürmer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro. Iiiiihihi. Ey, das kann doch nicht sein, Digga. Come on. Nein, 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 nein. Es ist passiert. Es ist passiert. Es ist passiert. Der erste Rush. Er sieht so scheiße aus. Warum freut er sich? Warum freut er sich? Es gibt keinen Grund, sich zu freuen. Well, good luck, Digga. Habe sogar dreimal auf den Tisch geklopft. Nase sind. Töbe, töbe. Okay, wir gehen rein. Holland. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Wer ist Holland? Wer ist Holland? Oh mein Gott. Wir haben gerade noch über Clevert geredet. Wie viel kostet Kloywart? Ich weiß es nicht. Wie viel kostet das Eike-Pack? 130. Wir sagen, jede Eike unter 130 ist L. Damit wir eine Einigung haben, okay? Nein, nein. Hä? Pires? Oh, der ist so ein Zwischending, Digga. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich, er ist ein Zwischending. Er hat den Finets-Shot-Playstyle, aber einen Scheiß-Schuss. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, er ist gut irgendwie dieses Jahr. So, hast du den Glitch mit dem Ball einklemmt benutzt? Sehe ich so aus, als würde ich den Glitch benutzt haben mit dem Ball einklemmt. Sehe ich so aus, als würde ich diese komischen Tastenkombinationen überhaupt hinbekommen für den Glitch. Es war irgendwie Rückwärtszeitung zu machen. Fünfmal L2 dabei, musst dein Controller Viereckdrehen, Viereck-Schuss drehen. Vier, Fünf, Fünf. Und dann zweimal Brot essen dabei, musst du Rückwärtszeitung zu machen, konnte sich hinsetzen. Es war zu viel Tasten-Check, ich konnte das eh nicht. Ich konnte das eh nicht. Hast gar nicht probiert. Danke schön, KSV-Sharryd, für den Sub im Zweiten. Holland? ZDUM? Das ist Bergkampf vielleicht, oder? Seedorf, glaube ich. Ist okay, ZDF ist okay, Digga. Real Talk, ZDF okay. Ja, kostet 170K. Bruder, kann man spielen, kann man spielen, kann man spielen. Angreicht, ZDF. Macalino, Appetit. Appetit. Ist auch nice. Appetit sind bestimmt ein geiler Säcker. Geiler Säcker. Dann, äh. 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 Wann hab ich Säcker gesagt? Geiler Säcker. Wann hab ich Säcker gesagt? Ich hab... Geiler Säcker. ...gesagt. Ach, Digga, Heizmaul-Chat, Mann. Ey, der Mann will nur ein Makalele haben. Auf, lieber auf so ein Resi-G, Bro. Jungs, wenn ihr mich einledet heute, Chat, am besten nur wirklich für... Heizmaul. 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 Niemals. Ja, Bruder, Heizmaul. Ja. Das ist kein... Bro. Er darfst du... Geiler Säcker. Kennt ihr den Spruch? Sind wir bei Wünsch dir was? Er ist wirklich bei Wünsch dir was. Heizmaul. Heizmaul. Oh, wer ist das? Nein, nein, nein. Das war nie gut, England ZM. Das war nie gut. Oh, mein Gott. Ich hab vergessen, Leppert. Ich hab die Fraktion, Leppert und Girard vergessen. Frankreich. ZDM. Wer ist das? Makalele? Makalele. Ja. Ist ein sehr guter Sechser. Geiler Säcker. Ja, Säcker. Haaland. ZDM. Ja, das will ich sehen. Raikard. Raikard ist geil. Raikard kostet auch über 400k. Er kann IV und ZDM. Raikard ist sehr, 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 sehr krass. Den in der IV nehmen Van Dijk. Wuhu. Wuhu. Zubker. Ich war so verwirrt. Ich dachte mir gerade, Digga. Hat er einen Doppelworkout gezogen? Modric? Ich hab vergessen, dass Zubker aus Kroatien kommt, Digga. Der Biedwittich. Wie viel kostet Wiedwittich? Wie viel kostet Wiedwittich, Chet? Er hat gute Werte. Digga, Frankreich ZDM ist einfach immer ein W, ne? Das Geile bei Makalele ist, dadurch, dass es nur noch eine einzige Kartenversion gibt, hat Makalele einfach 81 Pace bekommen. Ja, was ist das? Respo. Respo hatten wir auch noch gar nicht, Chet. Real Talk hat gute Werte. Komm mal, Eike Peck. Wer ist das? England-Sturm? Oh nein. Oh nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ian Wright. Ian Wright. Ian Wright ist Arschritze. Jetzt, Frankreich. Ja! Let's go! Let's go! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft, Chet. Ich dachte, wir sehen keinen mehr. Aber SN ist da. Let's go! Boah, Team ist einfach zehnmal besser aus jetzt. Oh, du kannst öffnen. Warum hat er mein Team of the Week pick, Digga? Nein, 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 nein. Das ist zu viel. Heiz, Maul. Heiz, das ist der größte EA-Account, den ich in meinem Leben gesehen habe. Er zieht Zambotta. Das ist der größte, das ist der größte EA-Account, den ich in meinem ganz Leben gesehen habe. Er zieht aus einem Müll-Pick! Son, und direkt danach Zambotta. EA hat ihre Lieblinge. Ich habe es immer wieder gesagt, EA hat ihre Lieblinge. England, LV, Ashley. Ashley hat mir auch, Digga, noch gar nicht. Geil! Ashley hat sogar den legendären Jockey. Ashley hat den legendären Jockey. Hat mega Spaß gemacht, Chet. Ich schwöre, I love you guys, you know that. Lasst ein kostenloses Abonnement auf YouTube da. Wir sind road to 100.000 Abonnenten auf YouTube für den Support. Ich hätte nicht kennen, der Pegland nicht, glaube ich. Geiler Wecker!